Willkommen zum nächsten Schrein. Den nächsten Schrein habe ich wieder hier gefunden. Der befindet sich hier. Und zwar ist der in der Höhle versteckt. Muss man dann mit so einer Eisplattform einfach rüberfahren. Um den Schrein geht es hier in dem Video. Ich habe schon 92. Ach nein. Warum? Will es gar nicht sehen. Wenigstens hat man einen Bogen von Anfang an. Ja, komm halt still. Ja, zu spät ausgewischen. Jetzt. Jetzt habe ich dich. Jawohl. Da ist der Nächste. Und der ist auch hinüber. Dann nehme ich doch mal die Waffe. Ist wesentlich stärker. Komm her. Ja. Ah, Mist. Ich dachte, ich kriege ihn noch. Ach. Ey. Komm schon. Der hält aber viel aus. Der lebt immer noch. Jetzt. Einer noch. Den müsste ich auch von hier treffen. Da muss ich gar nicht da hochfliegen. Jawohl. Da ist noch einer. Oh nein. Weil normal sollte man ja wahrscheinlich die Batterie aufladen. Um dann da hoch zu fliegen. Und tschüss. Jawohl. Jawohl. Hab ich den auch geschafft. ich mag die schreine nicht maximale heilung plus 4 nicht schlecht das war es dann auch mit dem schreien ihr könnt mir gerne ab oder lassen oder daumen nach oben und bis zum nächsten mal